Guten Tag, hier spricht euer Peter Game. So Leute, jetzt versuchen wir mal rum, hier in diesem Bett im Regenschauer zu finden. Das ist halt nicht gut, Leute, wenn es regnet, Sache zu finden, Leute. Spuren oder so, das ist halt das große Problem, um Spuren zu finden. Oh, da sind zwei Wächter, okay, die Wächter. Okay. Ruhig bleibe. Vielleicht merken die uns nicht. Das muss Brumslager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Wom her, hierher. Scheiß, den Kleister. Okay, noch ein. Aber Leute, wie sieht das, äh, es gibt alles aus Schweden. Was ist denn hier passiert? Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Oha, in den hohen Norden müssen wir jetzt läuten. Ursprung unbekannt. Hat jemand Brum damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von mir weg. Alter, wo kann... Was ist denn so passiert mit Brum? Aber nach seinem Lager hat er nicht so viel vorbereitet. So wie Rast und Eloi, Leute. Da, ein Eimer. Okay. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Aber das man die immer noch merkt, Leute. Durch das, dass es hier hier ein bisschen geregnet hat, hier. Seltsam, aber naja. Man muss, weil eigentlich müsste es ausgewascht sein, die ganze Blut, Rest und hier alles. Zwei Wächter, okay. Schalten wir mal erst die Wächter mal aus. Sobil in der Dominik. Ich bin schon mal aus. ok jetzt kann es herkommen so jetzt können wir wieder weiter gehen wir uns ein bisschen refreshen und wieder ein bisschen heilkräuter suchen und gucken ob man hier Tiere findet aber sieht man nicht danach aus so 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 dann jetzt so 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 Hier ist richtig viel von einer Seite zur anderen Seite gelaufen, alter Schwede. Und hier sind sauviele Wächter. Und es regnet schon wieder. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Rum war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Ja, das frage ich mich jetzt ehrlich gesagt. Warum soll er das jetzt suchen? Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst hin und dann wegwerfen? Ja, das frage ich erst mal. Aber man muss jetzt alles wissen. Aber, aha, da oben ist Brum wahrscheinlich. Sieht so aus. Hoffen wir mal, dass da oben Brum ist. Wie, weil noch länger hier in der Kälte herum zu, ist schon heftig, finde ich. Ich höre dir nicht zu. Du musst erst schwören. Du musst erst schwören. Sie ist meine Schwester. Meine Schwester. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich hier wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brum. Nein. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich, ich, nachdenken muss? Ich, wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme. Wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher... Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brum? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brum! Du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brum. Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut. Sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich sechs war. Ich... Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen... Ihre... Ihre Stimmen... Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brum noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brum. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brum. Okay, wow, endlich mal Brum gefunden. Und, ach so, ein Haus gestoßenes. Das ist schon heftig, Leute. So, Leute, aber ich denke ich, werden wir zu Kars gehen, denke ich. Es ist nur ein bisschen Wind. Die Bäume biegen sich nur ein wenig. Und, ach so, ich... Hoffentlich können wir jetzt... Ich sag mal, wir gehen über die... Über die Brücke, den ich sage, Leute. Und dann gucken wir mal, was das für ein Dorf ist, den ich sage, Leute. Mal gucken, was Karsos zum... Mutters Wiege. Ja, es ist wieder die mutterlose Ausgestoßene. Nur so startet sie an. Okay, es wäre vielleicht nicht so durchs ganze Dorf herum durchzulaufen, Leute. Aber, meine müssen irgendwie zu einer Stolperfalle gekommen, Leute. Ich will nur mich wärmen. Mehr will ich von euch nicht. Was will die denn hier? Ich will nur mich ein bisschen wärmen und dann will ich hier wieder gehen. Und jetzt zu Kars, geh. Und jetzt zu Kars, geh. Da ist er. Der kommt mal durchs. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen. So oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so grießgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähl herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagt, ich sei verdorben und gab mir fünf Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben. Aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Der einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja. Er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Aber jetzt handeln wir erst mal. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Habe ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem ein Plündererlinse. Okay, so. Jetzt schauen wir uns erstmal. Ah, was können wir uns alles machen? Check her. Okay. Okay. Wir brauchen eine... Eine Stolperfalle. Manchmal wäre es gut. Oh. Scharf schützen. Ist aber gut. Aber ich die Sache holen und kaufe dir es. So, und dann holen wir uns da die Gratisssache. Und natürlich die Sache, die wir da haben, Leute. So, mehr können wir eh jetzt nicht. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Aber ich denke, Leute, bevor wir diese, machen wir die Stolperfalle machen. Ich muss was sagen, Leute. Okay, aber Leute. Okay, machen wir hier eine Stelle für dich. Aber Leute, ich denke, bevor wir hier weiterspielen, Leute. Machen wir heute mal Feuerabend. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG bis demnächst.